So Stehen geblieben? Was? Also wie gesagt, so viel länger brennt jetzt die Kohle auch nicht. Also Koks. Ähm, naja. Gut, geht aber jetzt erstmal für den Anfang. Kann man jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen was machen. Nur frage ich mich halt, ob das wirklich Sinn macht, dann mit so viel Kohle oder mit so viel Koks zu arbeiten, wenn das nicht wirklich ausreicht. Oder wenn es halt nicht ganz so lang brennt. Also da können wir auch Kohle nehmen, das kommt ja dann quasi aufs selbe raus. Ähm, aber wie gesagt, so viel länger, wie das jetzt angegeben war, hält das jetzt nicht. Etwas, etwas länger als die normale Kohle. So, was haben wir denn an Musik? Unreal! Die Mod Unreal. Nicht die Modifikation für Minecraft, sondern das, äh, der Sound-File. Das Format. Ja, und ich denke so im Allgemeinen müssten wir uns mal was einfallen lassen, hier mit der Rumdokterei, dass das ist alles irgendwie nix halbes und nix ganzes. Uzelot, Uzelot, Uzelot! Buh! Oh, entschuldige, Mietz. Oh, entschuldigung. Ähm, geh schlafen. Na, die Klappe. Danke. Ja, was ich auch lustig finde, sind, äh, diverse Bildschlagzeilen in den letzten Tagen. Heute großes Show-Duell stand vor einiger Zeit in der Zeitung. Das, äh, stand aber vor kurzem schon mal da drin. Lanz gegen Bohlen. Äh, ja. Unnötig. Also, auch unnötig, das wirklich auf Dauer zu kommentieren, das bringt nämlich rein gar nichts. Fup, zack, zack. Fup, zack, zack. So. Das haben wir schon mal eingesammelt, so gut wir konnten. Irgendwie ist der Sound heute alles total monoton. Und ich weiß nicht, ob wir hier mit so ganz vielen monotonen Sachen was anfangen können. Das, äh, ist mir einfach zu monoton, wenn du verstehst, was ich meine. So, dann wollen wir uns doch hier mal eben durchboxen. Alter, was ist denn mit der Playliste los heute? Das ist ja der Hammer. So. Bing, 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 bing. So, heute ist die Playliste nicht so gut. Drauf, wie mir scheint. Ja. Ah ja, ich hoffe zumindest, dass der Game Sound funktioniert. weil ich ja jetzt hier auch schon wieder an, ach du, eins ist ja nicht, das wird ja immer größer. Weil ich ja hier, äh, wieder ein bisschen Grünzeug abhacke und das war neulich noch zu laut. Wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, hatte ich da sogar so ein, so ein, ja eine Mini-Beschwerde, sagen wir es mal so. Das war vielleicht, äh, gut gemeinte Kritik. Ja. Da hat mir jemand den Tipp gegeben, ich soll doch bitte mal den Sound ein bisschen leiser stellen. Ich hoffe, dass das jetzt so von der Aussteuerei her funktioniert hat. Ach, du ernstest ja nicht, ist das hoch. Das bringt natürlich nicht viel, dann hier mit einem, äh, Tunnelbohrer zu hantieren. Da haben wir gar nicht so viele Chancen, da werden wir wohl tatsächlich normales Terraforming betreiben müssen. Also ganz klassisch, raufkraxeln und runterklopfen. Hm. Ich ahne, schrecklich ist, wenn der Baum nicht in sich zusammenfällt, dann ist das ein gemoddeter und damit ist das ein riesengroßer Baum. Ja, das ist ein riesengroßer Baum. Verflucht noch eins. Heute haben wir kein Glück. Ja, und wenn das jetzt hier noch zwei, drei Mal fehlt, dann, äh, lassen wir das sein und kümmern uns um andere Sachen. Es gibt ja noch genügend Baustellen, allerdings weiß ich gerade nicht, was wir überhaupt machen sollten. So, einmal da rauf. Mal gucken, ob uns das irgendwie gelingt. Wupp, wupp. Das müsste eigentlich schon reichen. aber das tut es leider noch nicht ganz. so, wir werden das jetzt einfach hier so ein bisschen abspachteln. Ist das denn hier richtig? Ne, offensichtlich nicht. wir müssen tatsächlich noch hier hin. Ist das denn hier richtig? Hier ist es richtig. jetzt probieren wir uns halt, äh, im Schleichmodus, äh, durchzuquälen. Und da steht ein riesiger Baum. Der da. Dieses Baby hier, der ist enorm. Den abzubauen, dürfte sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Während wir im Hintergrund Lucid Breeds hören, quälen wir uns hier so ein bisschen mit der Fist of God durch das Gemäkel hier. Das ist... Heute scheint der Wurm drin zu sein, irgendwie. Apropos Wurm, äh, den Ultraschallvirus hatte ich, glaube ich, in der letzten Aufnahme angesprochen. Gibt keine Neuigkeiten dazu. Was mir sagt, dass das Ding wahrscheinlich doch eine Ente war. Also, ein Wurm gefangen im Körper einer Ente. Was? Es klingt alles heute irgendwie doof. Komm ich da ran? Komm ich da ran? Ja. So. was? Alles so toll? Ach, da ist es. Jetzt haben wir es doch wieder in Erinnerung. mal wieder in Erinnerung. Da, 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 da. So, komme ich denn da irgendwie gleich rauf? Müssen wir doch gerade mal gucken. Vielleicht müssen wir uns einen schönen Kupferbolzen ziehen. Das geht so nämlich nicht. Hier ist Ende. So. So. Ja. Sollen wir noch mal Google ansprechen? Oder doch lieber die NSA? Obwohl ich der Meinung bin, dass das beides dasselbe ist. Das ist eine Verschwörung. Steckt unter einer Decke mit Microsoft. Und dann kommt noch Yahoo dazu. Dann kommt noch Apple dazu. Und all die ganzen Freakos. Und wir entwederten eine Verschwörung. Ja, sogar einen Hinterhalt. Bei gefährlicher Musik. die uns immer wieder an irgendein trauriges Ding erinnert. Ich weiß nur nicht mehr, was das war. Wahrscheinlich wird es wohl die NSA sein. Die ist auch so traurig. Oder eben Google, ne? Nur finde ich es halt lustig, dass der Aufschrei durch die Welt ging. Bah, die NSA hört uns ab. Aber dass Google und Microsoft das schon seit Jahren machen, das fällt keinem auf. Oder darüber regt sich keiner auf, weil sie vielleicht der Meinung sind, dass das dann legitim wäre. Weißt du? Ja, die stellen ja einen Dienst zur Verfügung. Ist klar. In dem Falle ein relativ durchwachsendes Betriebssystem, wo sich auch nicht wirklich erschließt oder wo sich für den User nicht erschließt, was das System im Hintergrund so alles macht. Genau das gleiche Spiel haben wir dann auch mit dem Betriebssystem Android, welches dann nachweislich aus dem Hause Google stammt. Da weiß man auch nicht, was das Ding im Hintergrund macht. Vor allem erschließt sich bis bis heute nicht, warum das Betriebssystem Android warum das hergeht und im Hintergrund einfach ungefragt diverse Programme startet. Ja, also da werden Apps gestartet, die man überhaupt nicht selbst gestartet hat. Das musst du mal kontrollieren, wenn du einen Taskmanager auf dem Handy hast und wenn nicht, würde ich dir schleunigst raten, legt er einen zu. Wenn du sowas dann auf dem Handy hast, guck dir das mal an. Siehst du was ich meine? Dieser Baum ist riesig. Oder so ähnlich. So, jetzt springen wir mal da runter. So. Mep, 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 mep. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, ach komm, das hat doch gar keinen Wert, das hier abzuzählen. Wir sollten nur vielleicht irgendwann mal zusehen, dass wir in die Kurie kommen. das machen wir am besten jetzt, weil es wird nämlich immer dunkler hier. Hi!